Hallo, mein Name ist Thomas Wölkert, ich bin Verkaufsberater bei EWI Schmid Österreich. Heute stelle ich euch die Kompaktkehrmaschine Swingo 200 Plus vor. Die Swingo ist in der PPG in der Kategorie Kompaktkehrmaschinen bis 2 Kubik gelistet. Mit einer Außenbreite von 1,30 m ist die Kehrmaschine besonders für Gehsteige geeignet. Die maximale Kehrbreite beträgt 2,90 m. Dadurch können auch andere Verkehrsflächen effizient bearbeitet werden. Dank der Vierradlenkung ist die Maschine besonders wendig. Der Wenderadius beträgt 4,75 m. Für den Antrieb stehen zwei Vierzylinder Common Rail Dieselmotoren zur Verfügung. Der Motor der Abgasstufe 5 leistet 75 PS, der Motor mit der Abgasstufe Euro 6 C leistet 84 PS. Der Fahrantrieb erfolgt hydraulisch über den Hydrostaten. Die Federung der Maschine ist hydrognulmatisch. Dadurch erzielt man einen Fahrkomfort, den man sonst nur aus dem BKW-Bereich kennt. Die geräumige Kabine bietet Platz für zwei Personen. Durch die Rundumverglasung hat man freie Sicht auf alle Arbeitsbereiche. Dempomat, Klimaanlage und Heizung sind serienmäßig. Durch die verstellbare Längssäule kann der Arbeitsplatz individuell an den Bediener angepasst werden. Mittels einer Fernbedienung kann der Caregutbehälter entleert werden. Die Entleerungskante für die Hochentleerung ist 1,40 m hoch. Die Swingo 200 Plus ist über die PPG als 2-Besen- oder 3-Besen-Maschine abrufbar. An unseren Servicestandorten in Insing, Dobl und Wiener Neudorf werden Sie auch nach dem Kauf bestens betreut.